Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Gemeinde Rade. In Radekrimi, ja, ja, ja. So, wir können ein bisschen rumtütern. Hier läuft, ne? Wie ist der coole Waschplatz? Immer mit Ofenrohr, hast du gesehen? Denn wir haben ja auch unsere Helfelein im Moment an der Arbeit, ne? Da konnte ich eben hier anfangen Stroh abzuladen, ne? Wäre ja auch mal ganz nett. Wir haben noch so viel Stroh, ne? Ja, kommt aber auch den ganzen Teil ins Heizkraftwerk, ne? Also von daher kein Stress mit den jungen Pferden. Oh, oh, da war der. Die Kratzer, ne? Den könnten wir direkt in den Einstreuer schmeißen, ne? Weil ich den so schief gepiekt hätte. Ach, dann ist der ein Glow. Hi! Hi, wie hi! Na, wie geht's so, das ist, weißt du? Aber ist schon cool, wenn das alle jetzt so anfangen zu laufen, ne? Dann lauft der Laufen, ne? Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Zaun. So. Ich hoffe, der Kater ist vorbei, ne? Ja, ja, ja. Von Silvestern, ne? Ist ja der 2. Januar. Die meisten müssen schon arbeiten, ne? Sven, die hat den 2. Januar nur noch fahren. Weil wegen Inventur. Und da brauche ich ja nicht mit... Nein, ne? Da habe ich nichts mit den Daumen. Können die selber zählen, dann schuppen du. Ich habe diesmal nicht in... Nicht mal ins Sägebereich habe ich die Dinger gezählt, ne? Oh, oh, oh. Die Puma kommt. Vorsicht. Ich freue ihn vor. Oh. Ne, ich will noch nichts mit vorfahren. Jetzt. Komm da hin, ne? Schickadam, kommst du nix. Hier, das läuft. Da habe ich nichts mit zu tun. So. Du kriegst jetzt hier mein neues CP-Fenster rein. Du machst da nämlich Feld 1. Kurs raus. Erste Wegpunkt. Kein Kurs. Ich muss es hier hin. Ne, hier, hier, hier. Ich mach mal hier. Vieh-Position machst du hier. Vieh-Position machst von mir aus noch ein Door. Dann machst du mir eine Berechnung. Ich speichern das mal eben fix, ne? Feld 1. Kurs speichern, aktivieren. Kalken, ne? Kalken. 12 M. Das läuft. Alles klar. Erster Wegpunkt ist eingestellt. Dann würde ich sagen, gib mal Schubrakete. Ich habe noch andere Sachen. Willst du nicht losfahren? Keine Lust? Feld 1. Ja, dann lauf dir. Ja, dann lauf dir. Hier fahr mal Feld 1. Ich fahr dich auch hier auf die Straße. Vielleicht ist dir das lieber. Danke. Den macht er da. Den brauchen wir. Wir kommen wieder hier zu rum. Ich bin ein Pflücker, muss natürlich auch einen Frontlader, einen Puma bauen, ne? Weil ich auch sonst nichts zu tun habe. Ich habe schön den Radlader in Silo stehen lassen. Ich möchte auch hier gegen tangeln. Ui, 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 ui. Nichts passiert. Nicht, Profi, du. Dann lauf dir. Immer so ein Leben. Als Nicht-Profi geht das. Da hinten habe ich schon festgefahren, ne? Mann, da ist da hinten so ein Wäldchen. Will er gar nicht, ne? So wie ich mir das vorstelle, will er das kommen. Oh, da kommen wir niemals rum, weh. Ne, muss ich gar nicht probieren. Kein Weg zum Feld 1 gefunden, okay. Kann ja gar nicht. Verdun mal, äh... Hab ich die Punkte nicht angebunden? 5, 4. Müssen wir mal eben ein Abcheckerchen machen, ne? Ich hab doch die Punkte verbunden. Du musst dann wirklich zu Feld 1 finden. Ah, ich glaube, ich hab die von hier aus nicht verbunden. Kann das sein? Ja, haha. Ich glaube, ich weiß, wo der Hausendpfeffer liegt. Aber das klappt hier, ne? Will mein Kussi, du? Oh, I don't know. Hätte ich ja nicht gedacht. So, der kann gerade... Doch, der Puma. Puma kann kommen. So, ich muss nämlich... Oh, oh, oh. Du bist mutig, Svenny. Wo ist denn mein Cursor wieder? Doch. Ich wette... Doch, doch, doch. So, mal. Da haben wir Kurs. Hier ist Kurs. Aber ich bin mal. Ah, ich glaube, ich hab die unten nicht angebunden, ne? Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich's vergessen hab. Ich glaube, ich hab die am Anfang nicht verbunden. Oh. Gefällig. So, sag mal. Hier ist verbunden. Hier ist verbunden. Hier ist verbunden. Hier hab ich verbunden. Hier hab ich nicht verbunden. Das ist das Problem an der Geschichte. Siehste? Deswegen konnte er das auch nicht finden. Aber der kann auch von hier nach hinten fahren. So, wenn wir ihn nämlich jetzt... Sorgen... Mach noch Maul. Äh, wie aus. Wissste? Wenn wir mich gleich hinfahren. Siehste? Ich kann ja jetzt in der Scheune nochmal drehen, ne? Ja, ich komm da gleich hin. Ich wollte eigentlich Stroh ablauern, ne? War nix. Ist der Optum dazwischen gekommen. Hier fährt du was hochsiegel oder was? Hier ist ja einer. Hier ist mutig, weh. Meinst du, er ist nicht verdichtet oder was? Sonst geht's dir aber auch ganz gut, oder? Spitze. Wenn ich jetzt was sehen würde, ne? Dann wäre ich der Held von Erdbeviel. Du kannst doch nie lang fahren. Er fährt wieder, du Silo. Bist du denn besoffen, oder wat? Jetzt will ich mir nur f-f-f-deppen. Boah, jetzt noch den Feld einzigen da. Mach jetzt. Zack. Okay. Muss laufen hier. Ich hab dich so... Wieso geht die Tüte auf? Ah, okay. Warte ich mal wieder zu. Gefährlich hier. Gefährlich. Guck mal, das ist da noch alle drinne. Ich hab noch keine Optum-App. Gibt's ne Optum-App? Hier siehst du das auch nicht so gut, ne? Wolltest du auch kalken? Nee, was machst du da? Guck mal, was der an Zappel-Lenkrad ist da. Nee, der fehlt da noch ganz hinten, oder? Ich hab noch keine Optum-App. Gibt's da eine? Sag mal. Die ist total kacke. Die kann ich auch runterlöschen. Das ist ne Fend-App. Die brauchen wir nicht so oft. Ne? Hier siehst du halt nicht so gut. Hier auch noch nicht. Nee, aber da ist für euch die Zahl zu klein, ne? Seht ihr mal? Oh, seht ihr mal. Warte, ich hol fünf Flatter, Mann. Nee, kein... Kein Beta-Blocker nehme. Das ist nicht... Das ist nicht schön. Da kannst du wohl nicht Spaß in der Backen haben. Hier siehst du das auch nicht. Ich hab noch keine vernünftige Sim... Ich hab noch nicht mal voll... Ich hab doch Vollbild gemacht, oder? Nee, jetzt hab ich Vollbild. Noch nicht so eine schöne App gefunden. Du weißt, was du hier machst, oder? Aber so wirklich auch nicht, oder? So ganz bist du noch nicht in der Welt, ne? Komm, dann lass den erst mal so anfangen, am ersten Wegpunkt. Kriegst du denn hier hin, ne? Das ist zum Mäusemelken manchmal. Jetzt stell ich den gleich ein. Hier kommt ja gerade nicht klar, ne? Aber wir machen wieder ganz was anderes, ne? Eigentlich wollte ich Stroh abladen. Nützt nix. Ich hab noch nicht mal ein Bild, ne? Machen wir Puma-Bild. Das mag ich nicht laden. Was soll ich sonst machen? Ich kann ein Bild haben, aber ich kann ein Bild. Das läuft hier in den Laden, ne? Guck mal, Vorgewende ist auch bald Geschichte. Im Jahr 2024 hab ich das hier fertig. Jetzt kannst du hier auf ein Knöpfchen drücken. Fährst du ihn an der Seite? Hättest du ihn hier so an? Mach's so. Cool, ne? Ach, der ist abfahren. Oh, da müssen wir eben gucken, ob er das hinkriegt. Das soll auch alles sein, ne? Mach's so eine Warnlinke. Okay. Will dir das stimmt, der Warnlinke? Oder mein? Kannst du nicht vor? Sag mal. Hier mit Warnlinke. Kannst du abladen? Gut, das klappt ja. Hier steht er immer noch besoffen rum. Will der mich verkack-eiern da? Traurig, wenn sie so schnell groß werden, ne? Gerade noch aus der Flasche getrunken. Und jetzt sind sie schon groß und fahren alleine. Traurig. Ne, ist zu doof zum Fahren hier. Und der macht seinen Job, ne? Der macht nicht seinen Job. Der ist nicht so... ...so prägenwinski. Der hat's aber mit der Druckluftbremse, ne? Hitze? Bock? Ich bin so stolz auf ihn. Oh, Gisela. Gisela ist ja mit Sicherheitsschule. Guck mal her. Extra vorne offen. Damit er hier auch nie zehn kaputt geht. Hör mal los. So. Lange redet ja gar keinen Sinn. Nee, 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 nee. Ach, der Abfahrer ist ja jetzt erst unterwegs. Das dauert noch. Mach mal an den Hubel. Fog mal ein Stück zurück. Zurück. Danke. Oh, wir müssen bald tanken, du. Schon wieder Kraftstoff alle. Mach mal dran. Fog mal los. Jetzt bräuchten wir eine andere App, ne? Aber die habe ich jetzt nicht. Ja, geht ja gar nicht. So, los. Schubrakete. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erst mal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos, keine Ahnung, die wollten nichts mehr von diese ganzen Grandes de Malheur und Kikeriki und was hier noch so alle passiert für Pessen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sorgen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.